Liebe EU-Politiker, Umsätzen 2020 im Jahr 2020 mit so einer großen Kiste, statt 35 Liter, 20 Liter zu verbrauchen. Das würde Millionen Tonnen CO2 einsparen und uns allen helfen. Die schafft hier schon 27,1. Mit einer ganz einfachen Idee, Andreas. Wie geht die Idee? Wir sagen es euch. LKWs begrenzen in ganz Europa auf 80 kmh, wie die Gesetze es jetzt schon sagen. Einhalten, kontrollieren, Strafen verhängen und darauf achten, dass es alle machen. Bringt pro LKW schon ein paar Tonnen CO2 jedes Jahr. Es ist Zeit für was Neues, dass sich endlich was bewegt. Für das Vollgas von gestern haben wir heute drauf gelegt. Vielleicht sind wir alle längst vom Klima abgehängt und haben eine Generation verpennt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Es ist Zeit für was Neues, schreit nach Revolution. Es wird sonst unglaublich teuer für dein Enkel oder Sohn. Die Sorgen von morgen fressen Ideen von heute. Wahnsinn macht fette Beute. There's a green revolution. It's a time to leave. This political confusion. Storm always starts with a breeze. You swear to Facebook and stay friends. Tell all the people, let them know. The beginning, not the end, babe. And they'll be part of the show. Oh, please don't waste our time. We need to change our mind. No more words to say. Oh, tomorrow is today. Tomorrow is today. Okay. Yeah. Tomorrow is today. Tomorrow is today. Listen. Hey. Hey. Tomorrow is today. Okay. Tomorrow is today. Is today. Is today. Tomorrow is today. Tomorrow is today. Oh, denk dat morgen. Tomorrow is today. Come on. Heute schon morgen. Tomorrow is today. Tomorrow is today. Okay, morgen ist schon heute Tomorrow is the day Listen, du Wahnsinn macht fette Meute Tomorrow is the day Yeah, denkt an die Zukunft Es ist Zeit für was Neues Tomorrow is the day Dass sich endlich was bewegt Schreit nach Revolution Tomorrow is the day